Jo, Mahlzeit! Heute gibt es kein richtiges Video, weil ich hatte keine Zeit eins vorzubereiten und ich hatte ehrlich gesagt auch kein wirkliches Thema parat. Ich habe die ganze Woche geackert wie ein Pferd, um unter anderem das hier ans Laufen zu bekommen. Was jetzt hier in diesem Führerstand genau zu sehen ist, das werden wir demnächst dann noch ausführlich besprechen. Und jetzt gucken wir erstmal wie in zwei Wochen dann die Lage ist und dann gibt es vielleicht auch wieder ein normales Video. Also, wir sehen uns dann demnächst. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.